Wer seid ihr eigentlich? Also das ist, äh, das ist Don Quixote und ich bin Mario Shanta und... Sancho Panza. Du darfst nicht verzweifelt sein. Ja, genau. Sancho Panza bin ich. Weil's ja gar keine Liebe gibt. Deswegen ist ja heiraten völlig sinnlos. Und du bist reingelegt worden. Ja, und das ist ein Betrug der Natur. Chemikaliencocktail. Wenn die Welt das erst checkt, dann bricht alles zusammen. Du fängst plötzlich an, irgendwelche Sachen zu tun, die du eigentlich gar nicht willst. Und dein limbisches System. Ihr limbisches System. Ja, das natürlich auch. Und dann, das ist alles sehr... 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 Vielen Dank.